Regori 1-2 in der Lage, die ziemlich schmerzt und sehr ärgerlich ist. Ja, ich bin sehr enttäuscht, weil ich einfach jeden Moment vom Spiel das Gefühl gehabt habe, dass wir mindestens ebenbürtig sind und dass wir die Möglichkeit noch vorfinden, um die Partie nicht nur unentschieden zu spielen, aber zum gewinnen. Und dann ist es natürlich schon sehr enttäuschend, dass wir wieder durch eine Unaufmerksamkeit die Partie verlieren. Die Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt, auch fußballerisch gut gespielt, Chancen herausgearbeitet. Was war da in der zweiten Halbzeit dann anders, dass es nicht mehr so lief? Ja, ich denke, dass wir die erste Halbzeit in Führung gehen müssen, sodass wir einen Polster haben, aber die zweite Halbzeit haben wir einfach nicht mehr das fertige Bericht gebracht beim Balleroberung auch der eigene zum Treffen. Und da haben wir dann zu schnell wieder den Ball verloren, sodass sie eigentlich mehr im Baubesitz gekommen sind. Und das war schade, dass die Kunden nicht mehr diese Qualität gehabt haben, die es in der ersten Halbzeit gehabt hat. Und ja, natürlich am Schluss dann riskieren wir alles, weil wir natürlich noch was machen wollen. Und ja, dann ist das Spiel natürlich von der Taktikseite her gelaufen. Und ja, es hat auch nicht mehr gereicht, dass wir noch das durchmachen, obwohl ich sagen muss, dass ich mit ein paar Entscheidungen überhaupt nicht einverstanden bin. Ein ganz klares Rotfoul am Zicko, glaube ich, und auch, glaube ich, in der Elfer-Situation, die, wo es mit Tripodi ist. Aber okay, ja, das ist immer so eine Sache mit den Schiedsrichtern, da kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Warum ist es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gegangen, wie es vor der Pause lief? Vor der Pause lief es ja wunderbar eigentlich. Ja, ich glaube, wir sind auch in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht drin gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so präzise gespielt, wie in der ersten Halbzeit. Und ja, Belinzona ist auch härter dran gegangen. Also ich finde, es hat, glaube jeder gesehen, dass, was Matilau hier heisst, eine klare rote Karte hat bekommen. Und nur der Eint hat es wieder nicht gesehen. Und das ist eine absolute Frechheit. Mit dem habe ich gerade noch darüber geredet worden. Ich schaue es dann irgendwann mal mit dem Mann wie im Schiri-Kurs, ob das rot ist oder nicht. Jetzt habt ihr eben Trissin dreimal gespielt in der Saison, dreimal verloren. Aber wenigstens mal die Leistung, meine ich mal endlich mal ansprechend. Ja, eben kämpferisch, kompakt sind wir gestanden, das ist alles gut gewesen. Wir haben auch das Goal gemacht, aber eben wieder zwei überkommen. Und das müssen wir abstellen. Ich glaube, so viele hundertprozentige Chancen hatten sie nicht gehabt. Wir hatten die klareren Chancen gehabt und die müssen wir halt verwerten im Tessin, weil da ist immer schwierig zum Spielen, das weiss man. Ja, jetzt haben wir noch einmal im Tessin, jetzt hoffen wir, dass wir dann in Lugano gewinnen. Markus Neumann Glückwunsch, 2 zu 1 gegen Vaduz gewonnen. Trotzdem habt ihr euch sehr schwer getan? Ja, das ist nicht einfach, war jedem klar. Vaduz hat es sehr clever gespielt, natürlich defensiv gestanden, auf unsere Fehler gewartet. Es ist natürlich einfach zu spielen, als wenn man selber das Spiel machen muss. Das kostet natürlich mehr Kraft. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann in der zweiten Halbzeit dann doch noch das entscheidende 2 zu 1 gemacht und das dann auch noch mit ein bisschen Glück über die Runden gebracht. Ein bisschen Glück über die Runden gebracht. Die erste Halbzeit verdut es auch mit riesigen Chancen zum möglichen 2, vielleicht sogar 3 1 vor der Pause. Es war auch Glück, dass es dann eben unentschieden blieb bis zur Pause. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die Tore haben sie nicht gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Dadurch war eine Kontersituation natürlich möglich und haben es dann auch relativ gut ausgespielt über schnellen Außen. Aber so ist Fußball. Wenn man die Tore nicht macht, dann gewinnt man das Spiel auch nicht und wir stehen auch nicht umsonst auf dem zweiten Platz. So, Mann.